Die Quad-Allianz, bestehend aus den USA, Japan, Indien und Australien, nimmt an einer von Frankreich geleiteten Militärübung teil. Die fünf Nationen sagen, dass sie versuchen, die maritime Sicherheit im Indopazifik zu verbessern, um Pekings Aggressionen zu begegnen. Die Übung findet von 5. bis 7. April in der Bucht von Bengalen statt. Als sie 2019 zum ersten Mal stattfand, nahmen nur die USA, Japan, Australien und Frankreich daran teil. Doch dieses Mal ist auch Indien zum ersten Mal dabei. Die französische Botschaft in Indien sagt, dies sei eine Gelegenheit, die Zusammenarbeit in einem freien und offenen Indopazifik zu fördern. 30 Prozent des Welthandels laufen über den Indopazifik. Aber Pekings Militarisierung des südchinesischen Meeres kann die Freiheit der Schifffahrt dort ernsthaft gefährden. Laut dem französischen Medienunternehmen Radio France International, RFI, spüren sowohl Frankreich als auch die Quad-Länder die wachsende Bedrohung durch das kommunistische China in der Region. Im südchinesischen Meer hat das Regime seit Anfang März mehr als 220 chinesische Fischerboote in die von den Philippinen beanspruchten Gewässer entsandt. Dieser Schritt hat die Spannungen zwischen den beiden Ländern erneut eskalieren lassen. Gleichzeitig schickte es Schiffe der Küstenwache zu den von Japan beanspruchten Senkaku-Inseln im ostchinesischen Meer. und den ganzenstaaten sind in den verschiedenen verschiedenen Jahren. Und das ist ein ganzes Gründchen.